Jo liebe Freunde, willkommen zum zweiten Teil von The Useless Website. Ihr habt es euch gewünscht, heute mit Verstärkung. Ich bin auf jeden Fall mit am Start. Ma Katze ist nämlich da, liebe Freunde. Und wir wollen auch nicht lang schnacken, sondern wollen uns wieder der Sinnlosigkeit des Internets hingeben, nenne ich es mal. Und deshalb sagen wir... Take me to another Useless Website, please. Harry Potter, Elvis Harry Potter, Hitler Elvis Harry Potter, Juden Elvis Harry Potter. But an I won. Ladies. Hetzt den Finger hier. Hetzt den Finger hier. Take me to another Useless Website. Hey! Doh, eui, 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 eui. Please. I'm a ninja. I'm a ninja. Es ist alle schwarz. Man sieht nichts. I'm a ninja. Take me to another Useless Website. Oh, please. Much better than this. No homo No homo Take me to another useless website Please I'm awesome, it's true Ja, also Beste Seite, 10 von 10 Punkten 11 von 10 Punkten Minimum Take me to another useless website Please Please Mäh 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 Bist du schuul? Mäh Take me to another useless website Please Korki 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 Musik Is das beste auf Website Take me to another useless website Please 10 Cent Ja, das ist richtig In God we trust Liberty Take me to another useless website Is das beste auf Website Ere Was für die Sí Korki 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 Kannst du riechen? Komm, noch eine Minute. Kann ich mir den ganzen Tag angucken? Take me to another useless website, please. Oh mein Gott. Ein Würmchen. Das ist super. Aber das ist voll doof, die Seite. Oh mein Gott. Beste Website. Favoriten, definitiv. Take me to another useless website. Oh mein Gott. Tu es, tu es, tu es. Feuer! Take me to another useless website. Please. Catballs! I make it rain. I make it rain. It's so fucking cute. I make it rain. Yeah. I make it rain. So Freunde, es geht zur letzten Website. Es wird hoffentlich wieder die Creme de la Creme, möchte ich sagen. Das möchte ich aber auch. Take me to another useless website. Ich will mehr Apfel. Gib mir mehr Apfel. Ah, wer war das? Meine russische Tochter. Wodka, Wodka, Wodka. Oh, no, no. Das war es, liebe Freunde. In diesem Sinne wünsche ich euch doch ganz viel Spaß, wenn ihr mehr wollt von uns beiden und diesen tollen Sachen, dann schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Wenn ihr es noch nicht habt, auf jeden Fall den Abo-Knopf nicht vergessen und den Like-Button hitten, vergewaltigen, wie auch immer. Bis dann, euer Buddy. Und Makazzo.